ähm... Alter, habt ihr Glück! Ah, hier drinnen, cool! Danke! Kommst du mit runter in die Höhle? Ne, ich jetzt dann... Langsam off, da ich morgen einen Zeitplan habe. Und der nennt sich... Der nennt sich Achtung aufstehen, ähm, auf Kinder aufpassen, bei Praktikum anrufen, laden gehen. Griefer! Wow! Alter, ich hasse Griefer. Ich hasse sie. Mag die auch nicht, aber ich will ihn sehen. Ja, ist in tausend Teilen. Er hat die Wohnung unten weggesprengt. Ich mag... Ihr kam wirklich das kleinste Loch durchgeschnitten. Ey, wirklich, das kleinste! Ich hasse die KI! Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, wie die Pest. Toll, jetzt ist mein Crafting Table weg. Wie wärs... Ich... Ich... Ich mag Creeper. Toll ist er. Was ist ein Creeper? Kann man das anfassen? Nein, du willst unbedingt alles anfassen. Man kann's sogar essen, weißt du? Was ist ein Creeper? Kann man das essen? Hm... Luke hat den Thomas aber schön gemacht. Find ich auch. Den gar nicht sehen. Der sieht jetzt zwar scheiße aus, aber... Das machst du toll. Doch. So, und das will ich auch wieder haben. Eine Axt, eine Schaufel. Nein. Das machen wir auch nicht auf. Alter. Nee. Ben ich durch den Rülpsen geflogen. Hihihi. Jetzt kommst du das hier. Nee, kommst du das hier, und? Ah, 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 packts, wer weg? Kannst du mal ein bisschen mehr Respekt tragen. Also, jo. Nicht Respekt. Nein... und ja ein Stück denn das was er noch leute nicht so wie ich bin in der Zeit erworben ist ja alles gut Kripa 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 ich bin der reinkam oder nun mit der Hand Kripa mit auf bei Kompressen ich mache es um warum hast du ihn angefasst ich habe mir nicht mal angefasst ist ja neben mir hoch oder ach du scheiße ich weiß es war nicht fertig hat jemand essen für mich hat jemand ja ich habe doch gesagt ich habe ein paar steaks willst du ja ich lebe nur mit zweieinhalb herzen ich kann dir ich kann dir zwei steaks geben hatte ich gehe dann auch für heute also ich glaube ich habe jetzt kein plan wie ich hier eine treppe einbauen soll ich laufe jetzt homer hinterher da kommst du mit in die höhle ja ich gehe in die höhle ja wir werden jetzt längst haben ja ja das kommt nur ernsthaft hinterher hast du genug zu essen nein das ist denn dein problem ich bin ein versorger du hast du wie viel hast du ein steig müssen wir uns teilen natürlich ich weiß ein bisschen ab wie ich den Rest kriegst du ich habe angst ich muss das zum essen haben wer hätte schon war angst wenn eigentlich schon mal abreißen ich will nicht verhungern wie letztens als mich die spinne angegriffen hat und der zombie ich weiß was toll ist ich muss den turm abreißen warum ich da bekomme ich keine treppe hoch oder reicht eine leiter leiter reicht leiter ich habe angst dass jeder zelt wohl im körper in der ecke konnten nicht weg boomt ich hier so wie eben ja alter boah ich krieg die nummer nicht aus dem kopf wieder sich nur lang da ist so der erste um bis vor hat ihr die steaks reingebrachten um er wird sich wo sind die steaks wir haben keine groß du könntest ja mal ein paar skelette klatschen damit man ein bisschen nach knochen bekommen ja wie hei damit man aus dem knochen was machen können ja bohnenmehl damit man die pflanzen zum schneller wachsen kriegen mit schnellem wachsen können wir dann mal was zu essen er war nicht ja ich habe acht knochen ok weißt du wie man bohnenmehl macht ja boh ja habe ich schon ich habe 24 bauernmehl mach mal ein bisschen auf dem weizen da oben ich bin wieder am abkratzen hat bling gemacht weißt du counterstrike das geht ne aber minecraft dann halt nicht ja puh man kann schon mal das weiteste zeug weg machen wie bitte macht das weiteste zeug schon mal weg ist es nämlich fertig ok ich baue mal hier ruhig eisen ab kann man ja alles doch irgendwie brauchen ich habe angst zu sterben ich bin ja ganz allein hier in der höhle ich bin ja alle alleine soll ich die millionen samen erstmal weg machen nein weil diese müssen scheiße haben sonst ich lasse ich später noch mal drauf machen gescheit wir machen jetzt erstmal weizen es reicht oder ähm weizen brauchen wir für brot ne ja ja da mach ich das jetzt erstmal weg backen backen kuchen man kann doch irgendwie kuchen backen oder woher kriege ich milch ich habe nicht das bist du lass mich raten kuh weiß ich nicht ja von der kuh und wie kriege ich die milch aus der kuh das wüsste ich auch gerne du saugst an ihren nippeln ja wie soll ich das anstellen äh stell dir vor und wer feucht dann geht das ja dann will ich die ja anfassen aber komm du willst du uns schon mal alle 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 anfassen habt ihr was dagegen wenn ich aus sicherheitsgründen hier mal mit der erde dicht macht er macht den weg nach oben aus sicherheitsgründen ach komm die creeper die sind so flauschig die wollen doch nur kuscheln ähm hab mal jemand was zum essen ich hab oben ich mach hier gleich oh warte warte mal immer mit man warum muss das hier auch mal weitergehen kohle fackel danke mach kraftet er mir jetzt ein brot ja mach ich find das ich find das so unnötig dass man ein brot kraften kann boah hier fünf wasserquellen auf einmal wo noch nicht warte ihr wollt doch jetzt in die höhle gehen gell ja ja ey und was macht er denn jetzt frag mich nicht ich mach mal aus und labert einen an ich mach mir ja aus sicherheitsgründen dicht gell ja ja mach doch das soll ja nicht das mal nicht das mal wieder jemand kuscheln will ja kannst du im grunde nur du sein hi kubi also ich mag kriber ich nicht das recht will mir einer gerade gegenüber stand und mir jetzt auch immer vor der Fresse explodiert obwohl er gar nicht gezischt hatte ja die sind voll klausig nein der war nicht klausig der gekratzt der war böse ne der hat gekratzt wo böse hat gekratzt mit Fingern nimmel wie so ein weib äh wo bist du Leute wo bist du lang gegangen bist du da lang gegangen wo ich ja diese Pisse die Wand runter fließt oder rechts ähm Leute ich geh mal kurz auf okay wenn du einen langen Gang runter gehst also lang bist und so bis gleich ach da wo die Pisse runter fließt ja keine Ahnung was weiß ich oder was oder was das ist oder wasser oder oder Milch oder was da runter fließt ach hallo tageslicht ist es gerade Nacht Au brich mir ruhig die Füße brich dir ruhig die Füße brich dir ruhig die Füße Fale komm mal Mann 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 Nein Irgendwie fällt das gerade ihr unnötig was solltest du mal auf mich alten Sack warten ich komm schon runter um die Abzug du bist noch rum um die hier unten reichten jetzt schon der Mannen so halb ja warte ich die Halten dann ja bei hallo ähm wirst du nicht mal die Kohle hier so ein bisschen einsammeln also ich moin ach ja kannst du da noch machen Baul ähm Tarn was so da ist ja auch mit dem Wasser zu spielen es leckt ich will das Wasser eigentlich zu machen das ist es ja was ich mein ich 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 Angst Ach nein alles noch ähm So, fackeln. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, schub mich ja ruhig mal weg. Geh weg! Und du lachst noch. Voll erotisch. Nein, warte mal bitte, ich muss mal eben kurz den... ...Sound von Minecraft etwas... ...hörstellen. Jo, stell doch mal an. Oh man, es wird echt Zeit, dass ich meinen PC kriege. Warum? Weil mein Laptop sch... Alter, man... ...1 Gigabyte Rahmen... ...ähm... ...1,66 Gigahertz... ...ähm... ...hat nur... ...irgendwissens 67 Gigabyte... ...ähm... ...Festfettenspeicher... ...ähm... ...die Grafikkarte ist auch nicht wirklich die beste... ...und... ...ähm... ...was sollte ich noch loswerden? Ja... ...das war geliftet. Er hat... ...eine... ...32er Bit. Okay, ist auch nicht unbedingt die beste. Hm... ...ja, und ich bin abgeschmiert. Wer hätt's gedacht? ...ja... ...ja... Hör auf rum zu rülpsen. Haha... ...bin ich gar nicht. Nein. Ey, Luca? Der ist grad auf K. Ach, schon wieder. Vielleicht hätte jetzt kein... ...irgendwie keinen Bock mehr in den Dungeon rumzukommen... ...und alle zwei Minuten abzukacken. Oh man... ...du bist unkrieg. Ich spiel jetzt mal Half-Life 2 Deadmatch. Ach... ...du spielst du nicht mehr mit uns Minecraft mit. Hä? Du spielst jetzt nicht mehr mit uns Minecraft. Erstmal nicht. Verräter. Wie ist mit Half-Life 2? Sorry, ich mein, hättest du Bock alle zwei Minuten abzukacken? Entweder kackt dein Minecraft komplett ab. Du darfst erstmal warten bis dein Computer... äh, bis dein Laptop oder Pixel... ...was du auch immer hast... ähm... ...aufhört rumzuspacken und dann mit der Minecraft zu öffnen. Ähm... ...hull die Optifine. Und dich wieder zu verbinden und in den nächsten zwei Minuten spackst du sowieso wieder ab. Hull die Optifine. Und ich hol mir einen neuen PC. Okay. Ja, aber das dauert noch bis zum Ende des Jahres. Hm. Das ist noch lange ein. Ja, und in diesem Mod gibt's zwei Möglichkeiten. Was wäre aber? Entweder es klappt... ...oder es lag noch mehr. Noch mehr ist unmöglich. Das kann immer passieren. Das kann immer passieren. Äh, den schlechtesten Holzspiel zu spielen. Außen, warte mal. Auf was für Einstellungen spielst du? Lies sie mir mal vor. Ich öffne das jetzt gerade nicht. Aber ich bin gerade dabei ein anderes Spiel zu öffnen, beziehungsweise Steam. Ich bin gerade dabei.